Güstrow erleben, gewohnt anders, mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Der Abschluss der Ausstellung Außer Kontrolle wird am Sonnabend, dem 13. Februar um 17 Uhr, mit einer akustischen Finissage begangen. Den kulturellen Beitrag dazu liefert die Gruppe Phonautix mit der Sängerin und Co-Kuratorin Katharina May. Zwei Stunden vorher beginnt eine letzte Führung durch die Ausstellung. Ein Candle-Light-Dinner bietet der Wildpark MV am Sonntag, dem 14. Februar, dem Valentinstag, an. Nach einer Wanderung durch den Park zu Wölfen und Hirschen steht ein Überraschungsmenü an den großen Aquarienfenstern im Plan. Obdachlosen Geschichten für der Kolle Jahrestied stellt Berend Böckmann am Mittwoch, dem 17. Februar, im Haus der Kirche vor. Dazu können Interessierte gern an der Zusammenkunft der Güstrower Platznacker teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Erleben Sie Güstrow mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de. . . . Untertitelung des ZDF, 2020